Mit dem Fine Supercut Construction und dem Fine Profi Set für Fensterreparatur Austausch lassen sich Reparatur und Montagearbeiten extrem sauber, schnell und effizient erledigen. In der Werkstatt genauso wie auf der Baustelle. Glasleisten austrennen ohne Beschädigungen. Mit dem gekröpften HSS-Sägeblatt sind selbst Nägel kein Problem. So wird die Sanierung von Kittbett verlegten Isolierglas-Scheiben mit dem Fine Supercut Construction und dem Segment Sägeblatt zu einer einfachen und sicheren Sache. Ohne Verletzungsgefahr. Hier ist der Fine Supercut Construction die perfekte Alternative zu Druckluftmeißel und Kittfräse. Ohne Glasbruchgefahr, ohne aufwendige Vorarbeiten. Das Segment Sägeblatt ermöglicht einen Trennschnitt bis in die Ecke, ohne Beschädigung des Holzrahmens. Diese Anwendung bietet sich auch bei feststehenden Verglasungen auf der Baustelle an, zum Beispiel bei großen Panoramafenstern. Die Zeitersparnis gegenüber dem Zerschlagen und Herauslösen der Scheiben beträgt bis zu 80 Prozent. Beim Sanieren denkmalgeschützter Objekte müssen oftmals verwitterte Fenster restauriert werden. Mit dem gekröpften HSS-Sägeblatt entfernen Sie alte, schadhafte Kittphasen ohne Glasbruchgefahr. Saubere Schneiden, auch plan zur Oberfläche. Beim Austausch beschädigter Holzteile erzielen Sie mit dem Fine Supercut Construction exakte Schnitte. Mit dem Universal E-Cut Sägeblatt lassen sich beschädigte Flügelteile präzise austrennen und durch neue Holzteile ersetzen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Entfernen Sie alte Anstriche mit hoher Abtragleistung. Mit dem pilzförmigen Schneidmesser trennen Sie Isolierglas-Scheiben mühelos auf, zum Beispiel um sie als Einzelscheiben zu nutzen oder zur sortenreinen Entsorgung. Einfach und schnell. Mit dem Fine Supercut Construction geht auch auf der Baustelle alles schneller und zuverlässiger. Trennen Sie alte Fensterrahmen ohne Kraftaufwand aus. Die langen Fine E-Cut Sägeblätter sind hierfür ideal. Mit dem gekröpften HSS-Sägeblatt von Fine ist ein Durchtrennen der Metallbefestigungsbänder auch in besonders sensiblen Fällen möglich. Das Sägeblatt liegt plan auf dem Rahmen auf. Wandbeschädigungen werden vermieden. Alternativ dazu können Sie auch die Feinmontagefräse einsetzen. Sie schneidet praktisch ebenso staubfrei durch Putz, Fliesen, Naturstein, Beton und alle gebräuchlichen Mauersteine wie durch Metallbänder oder Armierungen. Die Universal E-Cut Sägeblätter mit Bimetallverzahnung eignen sich für Holz, Kunststoff, Gipskarton, Putz, Aluprofil und selbst für Blech. Ihre Kunden werden die perfekte Arbeit genauso schätzen wie Sie selbst. Das Fine Profi Set für Fenster, Reparatur, Austausch.